Hallo, willkommen zu einem super aktuellen Video. Ich drehe dieses Video auch heute am Donnerstag und es handelt sich auch um die Produkte, die es ab heute gibt. Ich hatte mir gedacht, ich nutze meinen freien Vormittag heute dafür, um 7 Uhr morgens aufzustehen und mich auf dem Weg zu Aldi und Lidl zu machen und nach coolen Halloween-Food-Produkten Ausschauzeit beziehungsweise sie mitzunehmen und sie jetzt mit euch zu testen. Ich war, wie gesagt, in beiden Discountern heute und habe ein paar Sachen mitgenommen. Ich würde sagen, wir legen jetzt sofort los, damit ihr dann auch was davon habt, damit das Video so schnell wie möglich online kommt, müssen wir uns jetzt alle beeilen. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal damit an. Das müssen wir noch aufbacken. Und zwar gibt es Halloween-Kartoffelfiguren. Schaut sie euch an. So sehen sie aus. Und zwar gibt es die bei Lidl. Ich habe sie aber ein bisschen günstiger bekommen, wenn ihr diese Lidl-App habt. Dann kriegt ihr nochmal 30 Cent Rabatt. Regulär kosten die 1,49 Euro. Und zwar haben wir hier 87 Prozent Kartoffeln, 6 Prozent Sonnenblumenöl, dann ein bisschen Reismilk, Kartoffeln getrocknet, Speisesalz, Hydroxypropyl, Methylzellulose, Dextrose und Gewürze. Auf jeden Fall haben 100 Gramm, 175 Kalorien und 8 Gramm Fett. Wir schauen sie uns gleich in der Küche an und ich bereite ein paar in der Heißluftfritteuse vor. Nämlich auf 200 Grad 7 bis 9 Minuten werden sie fertig gebacken. So heißt es in der Anleitung. Mal gucken, wie gut die Figuren wirklich aussehen. Okay, oh cool. Also sie sehen gar nicht so schlimm aus. Die sehen sogar ziemlich, das ist ziemlich identisch mit dem Reismilk hier. Mal gucken, wie sie gebacken aussehen. Ich habe hier zwei Gespenster und zwei Kürbisse und die packen wir jetzt in den Airfryer. Und so sehen die nun zubereitet aus. Also sieben Minuten haben nicht gereicht. Ich musste die schon fast neun Minuten drin lassen. Nur für euch zur Info. Aber sie riechen sehr gut. So, sie riechen echt gut. Die riechen so schön kartoffelig. Ich meine, okay, es sind auch Kartoffeln drin, aber es sind nicht alle Kartoffelprodukte so, die auch wirklich gut riechen, sag ich mal. Mal gucken, ob sie auch knusprig sind. Ja. Die sind überraschend lecker. Innen drin noch schön weich. Außen leicht knusprig. So ein bisschen knuspriger hätten sie in meinem Geschmack werden können. Ich glaube, das wäre für die einen oder anderen für euch schon ein bisschen leicht angebrannt. Deshalb habe ich sie ein bisschen früher rausgenommen. Aber sehr lecker. Also die kann ich euch auf jeden Fall weiterempfehlen. Die schmecken richtig gut. So, wir haben auf jeden Fall noch super leckere Donuts zu probieren. Die müssen noch ein bisschen auftauen, aber die sind so schön bunt. Ich hoffe, dass die auch gut schmecken, aber die brauchen noch ein bisschen. Ihr könnt mal mit einem Produkt, mit Halloween, Halloween, mit Halloween Schokololis, die hier habe ich bei Aldi gekauft für 1,49. Und ja, mal gucken. Also ich meine, bei Lidl kosten die 1,39 und haben die gleiche Menge. Also 10 Cent günstiger, aber ich habe die jetzt bei Aldi gekauft. Ich war vorher dort drin. Auf jeden Fall ist es einfach nur voll mit Schokolade am Stil. Also ob es jetzt die Weihnachtsmänner oder Osterhasen oder eben diese schaurigen Figuren sind. Ich weiß nicht, wie schaurig sie wirklich sind. Das schauen wir uns mal an. Also mich catcht das jetzt nicht so, aber als Kind hätte ich mich sehr darüber gefreut. Und mal gucken, wie diese Figur jetzt aussieht. Ein Zombie. So seht ihr. Hier ein Zombie. Und jetzt, hu, mal gucken, wie dieser Zombie schmeckt. Ich beiß mal eine Ecke ab. Ich kann mich auch gar nicht mehr daran erinnern, ob ich als Kind diese Weihnachtsmänner am Stil, ob ich die wirklich gelutscht habe oder ob ich sie einfach gegessen habe. Also heute hätte ich gar nicht mehr die Geduld da dran zu lutschen. Die schmecken überraschend gut. Ich wollte es einfach mitnehmen. Einfach nur, weil ich gucken wollte, wie gut die Figuren wirklich umgesetzt sind. Ich hätte es ein bisschen cooler gefunden, wenn die nicht einfach in so eine Form eingegossen werden, sondern auch so eine Silhouette ausgeschnitten wäre, sozusagen. Aber gut. Also wenn bei euch viele Kinder klingeln oder wenn ihr irgendwie viel Kinderbesuch habt oder wenn ihr selber Kinder seid, weiß ich doch nicht. Dann könnt ihr sie ja euch ja kaufen. Ich hoffe, hier schauen keine Kinder zu, die meine Nachbarschaft wurden. Klingelt nicht bei mir. Ich bin gar nicht dafür gerannt hin, dass diese Sachen noch bis Halloween bleiben. Aber ich kann mich erinnern an Halloween. Da hat es das erste Mal an der Tür geklingelt bei uns. Da habe ich noch zu Hause gewohnt. Und ich habe mich so gefreut. Ich habe mich so erwachsen gefühlt, dass Kinder was von mir wollen. Und da habe ich ihnen einfach Fünferpack Snickers, Mars und Twix gegeben. Von meinem Vater. Die haben sich natürlich gefreut. Ich habe mich auch gefreut. Das war meine erste Halloween-Begegnung als Erwachsene. Der Einzige, der sich nicht gefreut hat, war mein Vater. Weil ich einfach die ganze gute Schokolade weggegeben habe an irgendwelche Kinder, die ich noch nicht mal kannte. Aber egal. Die Kinder haben sich gefreut. Dann machen wir doch genau. Hier drauf habe ich mich gefreut. Und zwar gibt es auch Halloween-Chips. Also bei Aldi gibt es welche und bei Lidl. Aber ich muss sagen, bei Aldi gibt es einfach nur langweilige Gespenster. Da ist jetzt die Form jetzt nicht so besonders. Ob das jetzt Pomben, Bären, Pommes-Gesichter oder Gespenster sind, ist jetzt nicht so herausragend. Auf jeden Fall fand ich hier diese Form interessanter. Mal gucken, ob sie auch wirklich so aussehen innen drin. Ihr merkt, ich wurde schon einige Male enttäuscht in meinem Leben, dass ich diesen Bildern hier gar kein Glauben schenken kann. Es gibt die einmal in Sour Cream Flavor. Hier. Dann gibt es auch noch eine normale Version mit Salt. Also einfach nur Gesalzene. Und da ist die Form auch ein bisschen, ja, ich glaube, das waren auch einfache Gespenster. 99 Cent habe ich gezahlt. Auf jeden Fall, also wenn eine Ketchup auf Ketchup Geschmack steht, dann müsst ihr zu Aldi, weil dort gibt es die einmal gesalzene und einmal mit Ketchup Geschmack. Aber das sind ganz normale Gespenster. Also ich mache hier ein Foto rein. Ich habe ein extra Foto für euch gemacht. Aber hier gibt es Sour Cream Flavor. Und das liebe ich ja. Oh mein Gott, Kartoffelpulver ist erst an dritter Stelle. Erst kommen pflanzliche Öle, dann kommt Kartoffelstärke und dann kommt Kartoffelpulver. Den Rest will ich mir gar nicht durchlesen. Wir probieren direkt. Aber es riecht halt wie diese typischen, ja, diese Pombeeren und Fake Pombeeren und so. Die riechen alle gleich. Aber hier seht ihr, das sind schöne formstabile Chips. Also wenn ihr eine Halloween Party schmeißt, da ladet mich ein. Nein, aber dann könnt ihr auf jeden Fall. Also sind diese Chips echt gut dafür geeignet. Oh mein Gott, eine Fledermaus. Es sieht eher aus wie eine Spinne, aber ich glaube, das soll eine Fledermaus sein. Ja, schmeckt. Ich dachte irgendwie, es sind mehr Figuren, aber es gibt nur Fledermaus und Spinnweben. Also macht euch selbst ein Bild, aber ich finde die echt gut gelungen. Und geschmacklich sind die auch erschreckend gut. Jetzt bereue ich gerade, dass ich die Zutaten gelesen habe. Die sind echt schlecht. So, dann machen wir mit einem Produkt von Aldi weiter. Da gibt es Milchmäuse in der Halloween Edition. Das ist so süßes Mäusezähnchen mit Vampirzähnchen. So süß, aber das ist eine XXL-Packung für 2,49 Euro. Und ich kann nichts mit so einer XXL-Packung anfangen zu Hause. Ich habe ja genug zu testen immer. Deshalb habe ich es nicht mitgenommen. Und dann gibt es noch so Augen als Halloween-Schokolade. Fand ich jetzt auch nicht so interessant. Aber ich habe die hier mitgenommen. Und zwar Halloween-Kekse. Die gibt es einmal mit Kakao. Füllung und einmal mit nur Creme-Füllung. Also, es ist einfach nur eine orangefarbene Creme. Aber ich fand die eben interessanter. Für 1,49 Euro. Und ja, es ist ein knuspriger Keks mit orangefarbener Creme und 8% farbigen Schokoladen-Drages. Ich mag dieses Orange irgendwie. Mal gucken, wie sie schmecken. Ich glaube ja eher, dass die nicht so gut schmecken und dass sie einfach nur schön aussehen. Ach, die sind ja einzeln verpackt. Seht selbst. Ist eben auch länger haltbar. Das ist auch gut für mich, weil ich weiß immer nicht, was ich mit solchen Packungen anfangen soll, wenn ich die anbreche. Eigentlich sehr süß. Also, wenn ihr euch darauf vorbereiten wollt auf Halloween, dann... Ich hoffe trotzdem, dass bei mir niemand klingelt. Auf jeden Fall steht hier, für all die Kinder, die mit Glutenunverträglichkeit, Soja-Allergie, Laktoseintoleranz und Histaminunverträglichkeit bei euch klingeln. Hier ist nochmal alles aufgezählt. Beinhaltet Gluten, Eier, Milch und Soja und könnte Erdnüsse und Tree Nuts enthalten. Auf jeden Fall... Oh, das sieht gelb aus. Oh, so ein bisschen bin ich enttäuscht. Guckt mal. Also, so sieht es auf dem Beispielbild aus und so in echt. Ganz so sehr hat mich das jetzt nicht umgehauen. So sieht das besser aus. Aber gut. Also, der Keks ist so ein Möbel-Teig-Keks, oder? Was ist das denn? Ne, knuspriger Keks. Schmeckt ein bisschen wie ein Möbel-Teig-Keks. Der Keks ist sehr lecker, aber die Creme ist ein bisschen komisch. Diese Creme schmeckt einfach nur fettig. Die schmeckt nicht nach Vanille, die schmeckt nach gar nichts. Ist nicht so lecker. Diese Fake-Smarties oben drauf sind auch lecker. Das ist das einzig Positive. Also, worauf ich mich sehr gefreut habe, waren die Halloween-Berliner. Aber die gab es leider nicht. Also, die gibt es eigentlich schon seit Montag. Wahrscheinlich waren mehrere Leute scharf drauf, weil die gab es in so einer Vierer-Packung. Wenn ihr die gegessen habt, dann schreibt mal gerne einen Kommentar, wie die geschmeckt haben. Hab sie nicht bekommen. Dafür habe ich bei der Tiefkühlware noch diese Mini-Donuts gefunden. Halloween-Mini-Donuts. Und die sahen auch sehr nice aus. Und der Preis ist 2,49. Ja, die Mini-Donuts eine Stunde lang bei Raumtemperatur auftauen lassen. Ich glaube, das kommt ganz gut hin. Auf jeden Fall habt ihr hier 9 mal 31 Gramm. Es sind Donuts mit orange, violetter und kakaohaltiger Fettglasur. Also orange und violett, wenn sie das schon so bezeichnen, haben die gar keinen Geschmack. Wahrscheinlich schade. Aber mal gucken, wie sie aussehen. Also ich sehe schon, wie sie aussehen, aber ich will sie euch zeigen. Sie sehen sehr gut aus. So sehen die Donuts ausgepackt und aufgetaut aus. Also ich finde sie vom Aussehen her auf jeden Fall sehr nice. Vor allen Dingen finde ich hier diese Orangenen am süßesten. Die sprechen mich am meisten an. Hier haben wir noch die Schokoglasur mit Kürbis und Halbmond. Ja, die Orangenen Donuts haben Fledermausstreusel und die, keine Ahnung, irgendwas undefiniert. Ah, Sterne, weiße Punkte und auch ein paar Fledermäuse auf jeden Fall. Vom Aussehen her sehen sie wirklich nice aus. Schaut es euch an. Das ist doch ein Traum. Probiert mal hier diese Lilan. Die Farbe schmeckt man auf jeden Fall nicht. Also sie schmecken wirklich nach nichts. Wahrscheinlich schmecken auch die Orangenen nach nichts. Aber ich probiere mal hier diese Schokoladendinger. Ich muss sagen, es sind nicht die besten Donuts. Es sind halt so gefrorene Donuts, ja. Aber die mit Schoko schmecken auf jeden Fall ein bisschen besser als diese bunten hier. Ja, ich glaube, wenn man Besuch bekommt oder wenn man irgendeinen Bock auf so bunte Donuts hat, dann lohnt es sich mal. Aber wenn ihr was geschmacklich Gutes wollt, dann greift lieber zu einem anderen Produkt. Weil hier habt ihr irgendwie nur was vom Hefeteig, also vom Donutteig. Die Glasur ist eigentlich nur so für das Auge da. Also bei den bunten. Sie sehen gut aus. Ich habe mich am meisten auf die gefreut. Sie schmecken nicht so gut, wie sie aussehen. Muss ich ehrlich sagen. So, ihr Schnuckis. Das waren auch schon alle Halloween-Food-Produkte, die ich heute mitgenommen habe und mit euch getestet habe. Auf jeden Fall sind diese Kartoffelsnacks, die ich als erstes probiert habe, die waren wirklich lecker. Die Chips waren überraschend lecker. Und die Donuts sehen noch gut aus. Da müsst ihr mir recht geben. Auf jeden Fall danke fürs Einschalten. Ich hoffe, dass ihr auch was von diesem Video habt und das eine oder andere mitnehmt oder da lasst, je nachdem. Da habe ich gesagt, danke fürs Einschalten. Ja, ne? Küsschen fehlt noch. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.